Damit herzlich willkommen meine lieben Freunde zu Amnasia House of Creep. Eine Wunsch. Let's play. Ja, wie man jetzt gerade meine große Anspannung sieht, ich bin einer der gar keine Horrorspiele spielt und ich hab extreme Angst. Aber wir zusammen überstehen alles. Ja. Und noch ein kleiner Hinweis, falls ich mal schreien werde, zum Beispiel, seid mir nicht böse, ich habe Angst. Ja, also das ist extrem blind, ich weiß gar nichts davon, die Leute haben mir einfach so eine Datei geschickt und ich sollte das spielen. Ich hab's mal angetestet, also diesen Raum hier, ich weiß jetzt, was hier alles drin ist. Autsch, aber weiter weiß ich nicht, nichts. Oh Gott. Wo sind denn meine Unterwäsche? Ah, hier. Ja. Ich hab eine große Unterwäsche, knalalalalala. Ach, vielleicht lege ich mich auch mal schlafen, das ist wie besser. Oh, da liegt ein Zettel. Wenn du das hier leistet, dann wirst du auf und dein einzige Weg, um zu hören, ist, um das Haus der Kreeb zu gestalten. Good luck or happy death. Mein Englisch ist schlecht. Boah, ich hoffe, das ist nicht so lange. Lampen, Öl, Seile, Bomben. Du willst es haben, Link? Du kannst es haben, wenn du Gönig Rubis hast. Ich kann das nicht nehmen, ich weiß nicht, warum. Und ich kann mich nicht ducken. Gamm, gamm, gamm. Gibt's denn hier noch was Schönes? Ein Buch. Ach, ich bräuchte ein Buch, ja. Damit ich das Glas zerstören kann. Lalalala, das geht gar nicht. Doch. Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Wir könnten uns einen Genie rufen. Aber ich habe immer noch keinen... Keinen... Ah. Hallo? Wir sind die goldene Statue. Oh, Manu, die geht so auf. Ist das offen? Ja. Lalalala. Lala. Ich verwende lieber noch nicht mein Öl. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das hier noch andauert. Ich will das nehmen. Bitte. Habe Angst. Lala. Wie kann man? Lala. Hallo, Mama? Hallo? Hallo, Mama? Ich habe dich aufgeräumt. Oh, ich habe mich erschreckt. Hallo, Mama? Oh. Ich erschrecke mich selber. Wie lange dauert das mit dem... Könnte... Oh, das ist ein Priest. Kann ich nicht lesen. Hä? Wir haben 10 Taler bekommen. Wow. Wo ist das? Heal Trunk. Okay, das wird natürlich... ...sehr schlecht. Oh, noch ein Heal Trunk. Hä? Mama? Okay, Mama. Ich komme jetzt. Lalalala. Lalalala. Ich bin jetzt da. und dann legt dein Kopf Mama Mia Oh, ist das los, das war ich wieder selber Oh Mama Mia Ein Stein Der Stein der Waisen Okay, hier geht es irgendwie weiter Ich muss diese komische Statue die ganze Zeit mitnehmen Ich habe tierische Angst, das gibt es gar nicht Ich bin mir gar nicht sicher, ob das gut ist Ich bin so angespannt, das gibt es gar nicht Ich warte nur auf den ersten Erschreckmoment damit ich dann aufhöre zu spielen oder ähnliches Ich kann die Tür nicht aufmachen Kann ich nicht auch nicht aufmachen Ist das so eine Art Linearspiel? Ah, hier ist noch eine Tür Nehmen 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 Und nehmen Ui Okay, das ist sehr interessant Sehr viele Zünderbuchsen Boah, die geht bestimmt auf Ich wusste es Und jetzt werde ich erschrecken Ich erschrecke mich ganz erzählbar Hallo Mama Hallo 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 Oh Oh mein Gott Der Stuhl ist verrückt geworden Oh mein Gott, der Stuhl schwebt Das ist ein Poltergeister im Werk Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit selber Okay Ah, es leckt und ich habe das Gefühl, wenn es so extrem leckt Ich bin mir gar nicht sicher, ob es bald YouTube leckt Aber damit ich mich dann gar nicht bewegen kann Ist mir egal, ich mache hier alles an Nein, warum ist das wohl? Ist mir egal, es muss jetzt weitergehen Ich habe völlig vergessen Nein, das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Komm, lass mal ein bisschen cheaten Ein bisschen Gamma-Schrei Ein bisschen höher machen Weil das wusste ich gar nicht Ah, ein bisschen höher machen Auf zwei Boah, jetzt erkenne ich alles Aber ist mir egal Da passiert doch was Da kommt ein Monster raus Das weiß ich ganz genau Ich weiß es Ich will da nicht hin Ich will da nicht hin Aber ich muss Ah 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 Oh mein Gott Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Ich wusste es Zum Glück habe ich nicht hingeschaut Kleine Leiche Was geht denn mit dir? Du bist ja voll gay Guck dich mal an Oh yeah Oh toll Ich habe das irgendwie in die Wand reingeschlagen Ich kann das nicht mehr mitnehmen Ihr wisst, dass ich jetzt gerade nicht weitergehen will Aber das hat mich so extrem gerade erschreckt Ist aber noch nicht mein Schock meines Lebens gewesen Noch nicht Aber mein Herz ist doch viel Warum geht das nicht auf? Vielleicht will ich gar nicht wissen Was da drin ist Vielleicht ist das doch gut so Oh ne warte Wir haben ja den K Use K Was steht denn auf dem Schild? Maschinenraum Ich kann ihn nicht nutzen Ich kann ihn nicht nutzen Decay ist nervig Maybe I should find some Hä? Ach so Ich glaube ich weiß Ich habe ja im nächsten Jahr nicht gespielt Deswegen kenne ich ja hier weniger aus Vielleicht ist das immer so ein 0 auf 15 war Ich wusste es Oh Manu Ich habe keine Lust mehr Das ist ein doofes Spiel Wer hat das Wer hat gesagt Dass ich das nicht sehen soll Bestimmt war das meine Mutter Ein Raum voller Knochen Äh So die Gamma Strahlen Äh Gamma Strahlen Der Gamma Wert Ich will da nicht rein Ich will da Ich Ich hätte es einfach nicht hell machen sollen Leute Lassen einfach einen trinken gehen Das ist viel besser Sieht aus wie das Lampenöl Hallo Ich sag doof Ich tu dir jetzt ganz viele Sachen rein Falls ein Monster reinkommt oder so Der keine Chance hat mich zu Erledigen Kann ich nicht die Pustel einfach reinschmeißen Oh hier ist doch hell Hier ist schön Ja ich brauche Einen Stuhl Ohne Stuhl gehe ich da nicht rein Nein 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 Nicht zu So weiter geht's La 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 Oh Mann ist das Ein schöner Tag Und ich habe mich wieder selber erschreckt Oh ist das ein schöner Tag Oh guck mal Da ist ein schöner Raum Da gehe ich jetzt rein Völlig Völlig Nicht Was ist das denn Da hängt doch irgendwas Das ist schon ein Schweinekopf Oder jetzt Spawn so ein Zombie Aber das ist Wasser Was ist das da Das da Was ist das Ach das ist der Stuhl Glaube ich Ja Okay ich habe den glaube ich In den Raum da hinten Teleportiert Nun gut Leute Es lässt sich jetzt nicht anders Irgendwie machen Ich muss da rein Und ich gehe jetzt da rein Ich nehme jetzt all meinen Mut auf Äh mit dem Helm Ich wusste es passiert was Dieser nackte Typ der greift mich an Und es schwebt Und es schwebt Und es schweben Sachen Ich will das haben Was soll ich hier machen Boah das ist so scheiße Soll ich die Tür zumachen oder soll ich die offen lassen Komm dass wir die zumachen Es respawnt so ein Monster Ich weiß es Ich weiß es jetzt schon Oh Maschine Maschine Raumschlüssel Ey Leichen Die mich attackieren Oh ich glaube ich wusste was Auf Youtube zinsieren Das ist doof Ne ich zinsiere es nicht Fuck the police Fuck the police Use Use Schlüssel Schlüssel Oh nein Da kommt jetzt ein Bomb Da kommt jetzt so 100% Zu 1000% Ein Monster Zu 1000% Da wurde er aufgespießt Eieiei Zu 1000% Ich weiß es jetzt schon Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Aber das sieht doch 100% Wenn ich das auf Entweder rechts was rauskommt Ne ich glaube der Monster kommt Äh falls ich sterbe Let's play eventuell nochmal Aber ich bin mir da ja nicht sicher Zum Beispiel den dicken Kopf Da hin Verdammt Falls wirklich so ein Zombie kommt Muss ich ihn irgendwie den Weg versperren Ich glaube das wird ihn eher weniger interessieren Aber Aber wie komme ich dann durch Scheiße Ihr seid so dreckige Pissers Ihr seid so doof Ich weiß Ich weiß die nächste Quest Ich weiß es Ich habe die Quest erledigt Okay es leckt bei mir Oh ist mir scheißegal Ich gehe jetzt da hin 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 Es ist nichts passiert Lauf du Hure lauf Lauf du Bobbiger Bob Lauf Lauf Nein Ich bin so ein Bob Ich habe mich Ich habe mich Du darfst nicht aufgeben Ich bin so Doof Ich habe mich selber versperrt Ich habe mich selber versperrt Oh mein Gott Mein Herz kloppt wie wild Das ist ein Kind da anwesend Ich bin ein Kind Ich habe mich gerade selber versperrt Das gibt es doch gar nicht Meine Güte Ich bin so doof Oh mein Gott Das gibt es einfach gar nicht Ja und wo ist jetzt der Schlüssel Ja natürlich Toll Meine Hand zitert Okay wir sind einmal gestorben Ich habe meine Beleidigung gesagt Ich glaube ich werde die zensieren Oder gar nicht reinstellen Tut mir leid Aber Oh super Hier sieht es natürlich schön aus Yay Party time Party time mit Stühlen Und dieser Stuhl Der macht bewährte Dinge Du machst es ja im ganzen Raum Und du auch Wie gesagt Das muss ich ja auf YouTube zensieren Das gibt es ja gar nicht Hier dreckigen Ja so Diese Diese Erotikpornos Eieieiei Das darf man nicht Okay schon besser Okay ich glaube Es wird ein hundertprozentigen Monster kommen Und deswegen muss man dann weglaufen Oh ich weiß jetzt schon Ich weiß es doch jetzt schon Warum möchte ich da nicht hin Das ist ein Erschreckspiel Warum spiele ich Erschrecksspiele Ohne Sinn Spiele die keinen Sinn haben Ach geh weg Das erinnert mich an einer Stelle Von einem Film Wo jetzt der Kettensägenmann Der Chainsaw kommt Aus dieser Tür Die wird dann hastig aufgehen Lampenölseilebomben Okay die geht schon mal von do auf Okay komm erschreck mich Erschreck mich Ich habe keine Angst Ich tue nur so Okay das ist noch nicht passiert Ups Hoppla Hallo hallo Wie geht's euch Da verschwärt irgendwas im Weg Ein Zombie Oder auch nicht Hallo Ich muss wieder in diesen Raum Wo ich wieder erschreckt bin Mit irgendwelchen Was ist da Ich will ja nicht reingehen Ohne zu wissen was da ist Bisschen tausend Leichen Die mich jetzt attackieren Ach Leute ihr lacht euch bestimmt krank Aber ich habe Hättet ihr das auch Ich glaube das hat euch nicht erschreckt Hä Kannst locker aufgehen Warum gehst du nicht auf Ohne steckt wieder bei mir Wenn es gescriptet ist Dann ist es aber interessant gescriptet Ich brauche einen Schwarm Spongebob höhlt mir Bitte Spongebob Okay was steht denn da drin The first part was you with diesel but you think you can make this part of the house Weld Was ist denn Ding Oh ja natürlich versperrt wieder die Tür Das ist natürlich die schlauste Idee überhaupt Die Tür zu versperren Money Wir haben 10 Taler bekommen Was können wir mit diesen Säckchen Taler eigentlich anfangen Möbel kaufen Ich weiß es nicht Äh 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 Moment mal Moment mal Irgendwas ist hier falsch Wir haben keinen Schlüssel Soh ich auch aufgefallen dass wir keinen Schlüssel haben Oh ja Ich hasse das Wir haben keinen Schlüssel Äh wo ist denn der bitte der Schlüssel Können wir das einer sagen Oder geht die Tür jetzt auf Das wäre völlig bescheuert Oder wir haben den Schlüssel eingesammelt Aber wir wissen es nicht Ich zitter meinen ganzen Körper Ok ich habe keine Ahnung Wo der Schlüssel ist Unter Unter das Das kann man auch nicht aufnehmen Vielleicht da drunter Nee Äh Äh Hä Irgendwas übersehe ich hier Irgendwas übersehe ich hier Ok Irgendwas haben wir übersehen Aber ich finde den Schlüssel nicht Woher renn jetzt Ja ich spare mir mal das Lampenöl Äh Ja Also Vielleicht unter irgendwie hier Stühlen Diese perverse Stühlen Oder macht man die auf mit Thaler Ja ich brauche 30 Thaler um reinzukommen Nee 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 Also ich habe keine Ahnung Irgendwas ist hier falsch Was haben wir denn Oder was habe ich denn gesagt Irgendwas habe ich übersehen Irgendwas habe ich übersehen Irgendwas habe ich übersehen Also ich habe keine Ahnung Irgendwie äh Wir haben irgendwas übersehen Aber ich kann leider nicht sagen wo Oh Schon müssen wir den ganzen Raum hier durchwühlen Damit dann irgendwie das Monster da rauskommt Oder ich weiß es nicht was jetzt hier passieren soll Okay Irgendwas Irgendwie Irgendwie Ich weiß aber echt nicht Naja hier gibt es einen Raum Und das war es Und es leckt die ganze Zeit Passiert jetzt ein Script Script Ein Strip Passiert jetzt ein Strip Nee Vielleicht muss ich die ja kaputt machen Äh Ich habe keine Ahnung Leute Ich habe echt keine Ahnung Wie komme ich denn wieder ins Avatar Ich vergesse es immer